ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu kummer den konkurrenten konflikt riemann saturday noch seitens die die ausnahmezustand addon kampagne ganz genau liebe leute und ja wir haben wir letzt mal hier in dieser komischen mission primär ziel angekommen und ja die haben wir jetzt mal geschafft nach keine ahnung wie lange wie viel versuchen und machen wir jetzt einfach mal weiter mit mission 41 glückes schmied wir haben einen kleinen vor posten im nordgebiet aufgebaut doch er wurde erobert und befestigt wenn sie den post zurückholen würde die würde das not einen schweren schlag versetzen ein mbf und ein bewaffneter konflikt befindet sich auf dem weg zu ihnen und werden ihnen bei der errichtung einer neuen basis helfen sobald sie sich eingerichtet haben erleben wir eliminieren sie alle noch truppen im gebiet das blatt machen das kriegen wir hin das kriegen wir hin so schön ist der anfang mit der scheiße ok hat sie heute hat sie ihn wir haben auch kass okay holt den panzer rein holt den panzer rein los wo den panzer rein macht das mit den orcas ich glaube dass wir den panzer gut gebrauchen können noch sehr gut ja kommen die google war zur kriegs reden so was sind wir jetzt noch machen wir haben wir jetzt gemacht okay und wir sollen jetzt mit diesen einheiten wir sollen jetzt mit diesen einheiten diese ganzen mannigen der platte das könnte mir nicht erzählen dass ich mit den orcas ja wobei wartet mal ich kann die eigentlich plattform die manniken kann ich plattform so so dann ja die not die haben natürlich auch rubschrauber ist klar scheiße leute die machen natürlich übelst viel schaden ist klar könnt ihr den kennt ihr den abballern guck mal naja du bleibst hier so was kommt jetzt verstärkung ein bauhof oder wo oder wie oder was von da oben als ob leute auch wollte mich verkack eiern wollte mich verscheißen nicht von da oben ja natürlich nicht von da oben was war das denn was ist das für ein scheiß spanner punkt also wirklich das heißt wir müssen uns einfach hier so nimm den panzer rein genau und nimm die beiden orcas mal und genau helfen bei der abwehr so leute was da oben hatte ich auch welche naja gut okay leute dann würde ich sagen schlage ich mich mal da durch wird schlage ich mich mal dadurch speichern mission 6 gd meine maus ist wieder wartet mal hallo maus und das los mit dir mal kurz aus wieder an machen ja dass ich habe einen funk maus deshalb deshalb auch was zur hölle ist nun jetzt der flammenwerfer hier so leute so ok dann schneller so und dann kämpfen wir uns mal hier durch jetzt kommt damit den hubschrauber an wie soll ich denn den hubschrauber kalt machen so die orcas können ja gerne den gummi panzer da platt machen so sehr schön hoch schrauber du nervst jetzt kommt er wieder da oben raus nein ich werde doch verrückt leute was kommt er wieder da oben raus doch leute da habe es doch keine chance gegen man 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 ja 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 macht ihn kaputt danke ui 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 not basis oh gott ok dann würde ich sagen haben wir jetzt aber erst mal ein bauhof das ist doch so ok leute wir haben ein bauhof und ein paar einheiten einen ziemlich kaputten bauhof wie ich finde oh man leute gut aber wir können bauen das ist doch schon mal gut so kraftwerk repariert den schrater radatz und dann könnte ich die ich verticken kann ich die mauren verkaufen nein das bringt nichts weiß ich gerade nicht ok auf jeden fall kann ich eine raffinerie bauen dass ein jeep zum erkunden habe ich auch ok dieser hubschrauber dieser hubschrauber ganz schön auf die nerven gerade macht die schrauber dafür kaputt ach verdammt leute ihr orcas ihr könnt doch nichts ja ich weiß es gibt viele fans unter euch die das jetzt ungern gehört haben aber es ist so können nichts können doch nicht mal diesen hubschrauber platz schießen was zur hölle leute das ist doch nicht wahr bau hat eine kaserne mein gott kaserne und wartet mal wenn ich nicht also hier unten ist auch geld ok dann dann würde ich sagen wir mal ein rack zero dann kann ich ihm jetzt gleich den helikopter vom himmel so leute dann hier ist ein bisschen was an tiberium schon mal ganz gut eigentlich und dann braucht bitte noch einen dann bau gleich bitte noch einen damit ich da schön gleich den sammler hier oben hinschicken kann dann und seine hubschrauber vom himmel holen kann genau warum fliegt das flugzeug immer unten hin der zwei basen der typ der typ zwei basen okay gut aber ich hoffe ja dass ich mich jetzt mal hier ein bisschen aufbauen kann kommt da jetzt wieder angestellt ja da kommt er wieder angepackt und der hubschrauber ist weg sehr schön leute geschafft und cool dann würde ich sagen habe jetzt erstmal unser erstes standbein schon hier aufgebaut oder kann tatsächlich weg schießen ja cool dann macht das war bitte dann brauche ich da hinten nämlich meine orcas hin und was zur hölle willst du nach leute ich sage euch das ist wieder eine mission dass ich habe auch wieder so schön viel platz hier ich wusste dass der angest na klar noch mit einem luftangriff na klar leute noch mit einem luftangriff ach scheiße leute scheiße okay dann muss ich hier turm aufbauen dann bräuchten wachturm ganz dringend da kommt er nämlich schon angeschissen wie ihr seht projekt ein fachturm dahin so genau und sammler bleibt bitte hier unten invasoren na gut okay so dass wir den invasoren versuchen so und dann wieder kommt damit dem motorrad an ja aber das nein der not luftangriff es ist so unglaublich alter ja das war es wieder das war es wieder weil ich nicht die kohle zusammenkriege scheiße der darf die raffinerie nicht platt machen ich muss die orcas zur hilfe nehmen okay heute alles klar drachtturm und ihr geht bitte hier hinten hin ihr teilt euch mal ein bisschen auf der not luftangriff wie unglaubwürdig ist das denn also wirklich not luftangriff so dann so und direkt auf den drauf da los und sehr schön gott sei dank gott sei dank leute oh man da kommt er schon wieder an ja gut aber wenn es nur ein motorrad ist so dann ist es ja nicht schlimm heute so dann bau bitte die zweite raffinerie man 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 so hätte können tatsächlich die mauer abschließen das wusste ich gar nicht mehr so gut dann kann ich die verkaufen ja und ja dann zwei sammler habe ich jetzt dann brauche ich leider noch ein großkraftwerk aber es ist wieder typisch hier nicht das ist wieder typisch die nordis die haben unsere waffen das war doch mal wieder klar oder dass dazu kommt war doch wieder klar war doch wieder klar dass wir hier verarscht werden naja gut sammler du kannst hier oben aus oben sammeln es reicht wenn einer da unten ist so so kommt macht du scheiße das kommt da angeschissen okay eine riesenkarte oh drei motorräder ja gut aber mit raketen mannigen gittert okay super leute wir haben gleich den ersten befestigungsturm sehr gut sehr schön leute wunderbar und ja dann habe ich dadurch nach wie vor gefällt hier das gute alte gewannen konkurrenter die die kampagne weitermachen und wie war jetzt hier uns weiter aufbauen so dann brauche ich eine werkstatt leute da kommen die motorräder hier kommen sie nicht okay komme ich überhaupt jetzt auch hier rein so oder habe ich jetzt den weg verbaut kommt noch an diesem an diesem stein kommen wir noch vorbei okay das schon mal gut weiter danach brauche ich nämlich eine waffenfabrik und den jeep mit dem ich da mal erkunden fahren können so drei jeeps keine chance haben die die haben keine chance ich habe ja raketentür bestehen so so leute kein geld mehr mal wieder war klar deswegen habe ich mir zwei sammler gebaut gut habe ich wieder irgendein komisches tier gehört so der panzer ist voll repariert das ist gut so so da sind wieder drei jeeps ja macht nichts leute das macht nichts das macht rein gar nichts so hier noch die panzerfabrik hin brauche ich wüstiger und mammuts jas leute mammuts geil okay super wir haben mammut panzer so was brauche ich denn jetzt noch wappenfabrik habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich ja hubschrauber und eine kommunikationszentrale ja 200 großkraftwerk kommt das braucht man für die für die kommunikationszentrale brauchen wir das das großkraftwerk nochmal so dann kaufen wir ein bisschen mit der einheit hier rum ja jetzt habe ich die motorräder am sack oder habe ich nicht habe ich nicht okay gut so dann ein bisschen geld sparen ja bauen wir noch mal noch einen rufschrauber oh scheiße okay da ist eine basis alles klar leute alles klar so dann habe ich das jetzt auch gecheckt dass da eine basis ist okay interessant der gegner hat hier drei basen oder so kann man mal machen kann man mal machen würde ich sagen auch nö das ding wird noch nicht mehr fertig dann mal verkauft das kommt so leute dann wir unsere vier orcas sehr schön und stand richtig nach wie vor noch mal ein jeep so geil habt ihr es gesehen das sind zum glück auch flack geschütze die können einen flieger platt machen instant das ist natürlich schon hammer muss ich sagen so und der jeep der kann man bitte noch da oben fahren aber vorsichtig nicht dass wir hier ein raketenwerfer okay kommt wieder dieser hubschrauber aber den kann ich ja hier unten reinziehen das ist ja okay seht ihr das der geht schnell im arsch gut dann brauchen wir eigentlich kommunikationszentrale so genau da war ich ja bei und ja die mission die kann sich ein bisschen hinziehen glaube ich ach du okay zwei tarnpanzer oh ja okay raus da ich will nur erkunden leute ich will die euch gar nicht hier angreifen ich will doch nur die karte erkunden ich habe wieder kein geld ich weiß scheiße mann so da ist das sind noch zwei okay und tschüss na gut aber wir sehen schon mal ein stück mehr das ist doch schon mal gut so unsere kommunikationszentrale ist fertig sehr gut die baue ich hierhin ion wer verliert auf keine energie was soll das denn jetzt was soll das denn jetzt was soll das denn jetzt ja das ist jetzt aber scheiße so das warum ist ja wenn man die energie weg dass ich habe doch ein großkraftwerk gebaut sammler was machst du da so lebensmüde sammeln doch hier vorne so leute großkraftwerk was soll denn so dann würde ich sagen der fährt auch nach links seid ihr der bescheuert sammeln doch da oder hier so dann bau bitte noch im wüsten jäger wenn ich mir jetzt die manniken und befreien mal das obere erzfeld von den beiden tarnpanzern ja genau leute ich weiß das ist jetzt ein himmelsfahrtskommando wegen tiberium und so aber warum denn ach du scheiße okay warum denn nicht ich meine ich brauche die kohle hier so und hier der andere steht ja da genau da oben und da und so genau was so einmal nicht aufgepasst wird diesen idioten hier ne idiot von sammler echt man idiot von sammler ich finde da schon keine worte mehr für aber so unnötig ja danke weiß artillerie seit wann kann die schießen wenn die ziele sich bewegen ja gut kommen so dann baut das halt nach dann würde ich sagen gebe ich noch einen dritten schaut mal stahlage dann gebe ich was machst du schon wieder doch hier hin du auch was wollt ihr da drüben ach du scheiße heute schau sich das an die basis die muss auf jeden fall erstmal weg und dann hier die basis mein jeep den kann ich nie und erst mal nicht so und bam und botz sehr schön sehr schön leute da kommt dann noch mal mit drei jeeps an okay die kriegen das sogar kaputt so ein bisschen interessant so habe ich würde gerne mehr von der karte sehen eigentlich so leute sehr gut wo knall ich den rein ach du scheiße ja dann knall dir mal hier rein diesen raketenwerfer so okay leute dann lasst euch helfen los lasst euch helfen kann der wollte ja mit dem raketenwerfer angeschissen kommen oh nein okay wir haben zum glück noch alle einheiten ist gut diese raketenwerfer sind echt gefährlich von da muss ich sagen vor allem gegen gebäude und manniken jetzt kommt aber ganz schön angeschissen hier muss ich sagen so dann macht ihr bitte diesen raketenwerfer weg kommt kommt bevor der einmal schießt so wir brauchen sie los okay geld sparen ist immer gut wie sitze ich denn hier meine angriffsarmee zusammen auf scheiße habt das mal gesehen habt das mal gesehen wie viel schaden diese dinger machen doch aber hier oben das geht ja flack mal wieder mittendrin stehen aber ihr könnt ja da oben bei dem gummipanzer weg machen jetzt so leute dann macht immer weg am besten den hier zuerst genau jetzt den gummipanzer zusammen du gehst bitte nach oben was macht ihr da sagen was machst du da scheiße ich habe keine kohle mehr in der nähe die artillerie kann ähnlich drauf schießen genau so leute die frau sind weg sehr gut dann würde ich sagen versuche ich es mal weiter hier mit der karte zu erkunden und ja von der auch nur ein war okay der hat überall seine obelisten stehen natürlich nur ist klar aber hier ist ein durchgang hier ist ein durchgang heute so er macht die kalt die jeeps ist es diese diesen nicht das problem bis da wart ich brauche wieder nur mammuts kommen zehn stück zehn mammuts ja dann fahr doch hier raus ok sehr gut ich habe noch ein millionen werfen sehr gut den speise ich mir auf die artillerie da oben die nervt und was zur hölle so sammelt mal bitte die kohle da weg und muss ich gleich irgendwie die flak hier wegkriegen der jeep aha seht ihr mammut fertig und der jeep schicke ich mal nach da oben erst mal auch da ist schon wieder einer hat von wieder so ein tarn heini es kommt dann mit seinem sammler hier vorne hin wer will hier schon sich schon wieder enttarnen was ist das denn hier was haben wir denn da aufgedeckt was war das ja für ein gangbang da was soll das ja für eine massenvergewaltigung gut ja aber das gefällt mir gar nicht dass sie jetzt hier umfahren irgendwie es gefällt mir nicht dass die dass die kohle hier auch so weit weg ist oh mann fuck oh mann leute mist macht den mammut weg ich muss reparieren hier so ich muss hier reparieren hallo sammler bringst du mal die kohle rein dankeschön ui jetzt kommt er auch noch mit artillerien an und mit raketenwerfern oh mein gott jetzt kommt er aber mit allem an was er hat hier jetzt kommt er aber mit allem an hier so okay gut die sammler die machen da wieder irgendeinen mist oh das ist und cool aber ich glaube die machen ja leute nein ja raus da raus da raus da genau deswegen setze ich die nicht so gerne ein ja gut leute ich komme hier gar nicht mehr raus ionenwerfer bitte nochmal diese flack da weg ja das passt aber das reicht aber nicht ne ja natürlich luftangriff not luftangriff so was okay leute ah sammler fahr bitte raus da die motorräder alter so oh das sind zu viele das sind zu viele was ist was ein chaos ey was ein chaos schau euch das an da seht ihr doch die machen eigentlich gar nix ne leute leute was geht hier ab was geht hier ab ich komme hier gar nicht mehr klar der raketenwerfer bitte weg machen los ja sehr gut mit wieviel geschiss will der noch ankommt da ist noch ein gumipanzer da ist noch ein gumipanzer da ist noch ein raketenwerfer schnell weg mit dem ding los schnell weg vor der schießt gott sei dank so ich weiß nicht vor denen habe ich irgendwie respekt vor den einheiten ich weiß nicht warum ja diese mission sieht es tatsächlich so aus als würde ich tatsächlich nur auf mammutpanzer setzen so mache ich jetzt zumindest mal ihm hier unten sein bauhof mal platt so und beim so weitere mammuts bitte gibt mir einfach nur mammutpanzer so ihr seid ja schon wieder fertig ne und roms und den bauhof weiter beschädigen so leute oh ich spiele auch schon eine halbe stunde auf ok ok leute da habe ich völlig die zeit aus den augen verloren gut liebe leute da würde ich mal sagen wenn euch diese folge gefallen hat lasst mir doch mal gerne mal ein like oder abo da und lasst die glocke läuten würde ich mich sehr freuen und wenn es jetzt gerne weiter und wie es hier weiter geht leute sie wir beim nächsten mal und da wünsche ich euch noch einen schönen abend oder schönen tag tschüss